warum soll ich mein sicheres passwort mit acht stellen ich bin gerade nicht aber dann kriegen wir weniger geld oder zählt das vielleicht nur bei den end das kann ich glaube dass das ist dann heißt richtig wird das zählen da will muss dann überspringen jetzt kann ich ja also da sind wir wieder zurück genau heißt heißen 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 ich habe fertig ich habe kann ich aufstehen so wir sind das scharft sind okay ich muss nachdem oder so ich will nur gleich aussehen mit dem dem silbernen puttenkopf genau das ist geil das ist echt interessant wenn du mal den analog stick ein bisschen drehst also nach links drückst du das ein bisschen weiter nach rechts guckt dann siehst du mehr sachen auf dem auf der gardine auf der sachenstange guckt euch und kommt ein recht recht das ist das ist das ist doch die alte die bei mir auf dem einen auto ist vermutlich warum ist mein auto ganz unten also ich habe keine ahnung was war los alter der sack hat mir fast die tür weghauen ich hätte es gefeuert er hätte mir noch helvis wagen nehmen können was hättet ihr machen nein falsche richtung ich habe es ja wieder freigeschaltet toll toll was müssen wir eigentlich in der villa machen was habt ihr jetzt gemacht es kann sein dass ich den dritten heißer nicht mal gespielt habe also den nächsten ich glaube den habe ich sogar auch noch nie gespielt ich habe alle ist der nächste nicht wo die diesen helikopter klauen müssen keine ahnung oder ist denn jetzt die mission also der vorletzte ist serie a finanzieren der letzte ist der der große jahre mit 1,2 millionen pro bieber aber was war der eine das ist der dritte das ist eine gute frage ach du bist zu weit scheiße das ist überhaupt ein neues konzept gemacht wie ich so weggefahren naja genau ich weiß halt nicht was der dritte ist vielleicht habe ich den schon gemacht sauberkoro ach das ist doch der mit das ist doch der mit das ist doch der mit die stärke als du irgendwie komischerweise manchmal echt ach hier war ich schon mal oh ne das ist so ätzend na toll und das machen wir da ja snipen oh schön die beiden anwälte da weg machen also alle weg snipen ähm ne anscheinend nur zwei anwälte ja nur zwei anwälte die papiere und die papiere müssen wir nur noch holen ich muss nur aber gucken dass sie sich ich denke auch wir müssen gleichzeitig schießen äh schießen naja ich habe kein schalter im vater drauf ich schaue welcher hast du denn ich schaue schaue schützengewehr nimm den rechten ich sehe sie gerade nicht ich sehe sie gerade nicht ich sehe noch ein stück weiter gut dann nehme ich den bei naja aber wir müssen hoch wir müssen hoch auf den berg laufen ich nehme den bei ich nehme den bei ich glaube weil die sehen uns sonst ja gut dann laufen wir kurz hoch ich nehme den im schwarz dann sag 3,2,1 pull wie langsamer näher einfach ist schuldigung reicht ne siehst du die? ah da unten der kann hier nicht runterfallen nein ja oh nein du weißt du hast so ein Payway für Leitern ich gehe ran ob er dann runter springt weiß ich nicht naja gut jetzt mach das ok wir müssen nicht ja ich weiß ich leif grad so einen Kuruma ich seh ich steck rein er macht nicht was ich will dann fahren wir hin ich steig aus und dann warte 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 warte! der ist noch in der Welle drin ja ch antis der fährt jetzt gleich warte ich stecke schon in der tooth ja ich dann so blöd dass die länder nicht die aussteigen konnte einsteigen warum fährt er so langsam bei der dummes ich hatte den fahrer keine ahnung wenn man schnelle richtung wechsel bringt nur lange leider nichts wenn sie schon die polizei wieder wartet er hatte ich russisch gelernt er hatte ich russisch gelernt ja also ich sollte immer sagen was war russisch aber ich hatte keine ahnung was das war und er hat sich wohl amüsiert darüber wahrscheinlich was die beleidigung oder so ok er war auf jeden fall witzig auf alle fälle wir fahren zum pier ja würde ich sagen das war doch gut nein Kuro das war nicht gut das Gute wir sind im Bisschen das war auch nicht gut das war wieder groben wo du schon gefahren hast das war nicht gut das war auch nicht gut war gut ja komm warum spawnt der denn da vorne hallo ja sehr gut just a prank bro schnell weg schnell weg schnell weg gib Gas boah ich verrasch mich ha 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 du Opfer ja stell dich doch rein stell dich doch rein unter der Poster oder da keine ahnung was das jetzt sollte obwohl hier die Wahrscheinlichkeit höher ist dass sie dich sehen ich weiß gar nicht ist meine eigentlich schneller wenn ich vernünftig fahren würde als was dein Kuruma als mein Kuruma ich weiß nicht mehr ich hab den maximal bei mir getunt also ja ich bei mir auch ich hab das gefragt konntest du ein Motor Tuning mehr machen oder nicht das kann ich dir jetzt aber nicht sagen weiß ich auch nicht ey das ist ja eine Posterstand oder so ja mit der Anruppe stört uns nicht ja was denn war gut aus wenn du über den anderen sein Dach drüber gerutscht bist ja schon go away bitch go away ich finde auch sehr geil wie weit du die Schluck lang warst diese Pfanne ey ich wollte grad meinen Arm ablegen ja ja die Lena ja wie gesagt war bei meinem auch ja muss ich munter aus muss ich morgen klack ich mach mal schreiben ey ich hab dich gesehen ne oder so bist du sicher ja wieso hat der Zero Mine Wagen genommen warum nicht wollte nur fragen war nicht negativ gemeint oder so achso ja hab ich weil der Klima verfolgt mich und ich musste irgendwas haben wo ich mich abhauen kann und der Klima hält viel aus ok ok ja das stimmt so letzte Mission oh jetzt haben wir noch das schon da voran verdammt ja wir sind auch schon bei knapp anderthalb Stunden Aufnahme ja genau was eine heißt so alles macht was eine heißt so alles macht lass mich in ruhe gucken geh weg ja ich bin entkommen die Vorbereitung bestanden sehr gut und schon wieder ne Bronze das ist eine große uuuhh oh gold uuuhh 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 uuuhh